Was schreibst du da über mich? Und über Richard, den du nicht mal an mir in das Wasser rechnen kannst? Und Klaus und Paula, dass ich ohne sie glücklicher wäre? Warum hast du das getan? Weil ich nicht dabei war, als du deine tote Katze abgeholt hast? Du hast meine Familie ruhigiert! Übernimm endlich Verantwortung! Ich habe dir genau das gegeben, was du gebraucht hast! Und mich wärst du immer noch verstrickt in dieser Sinn losnehmen! Was? Du glaubst, ich wollte hier mit dir leben? Du brauchst mich! Du brennst mich ins Gefängnis, ich krieg vielleicht zwei Jahre! Die vergehen wie im Flug! Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne! Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns! Du glaubst, es ist eine Liebesaffir? Ach, eine Beziehung, hm? Was? Kleine, klebrige Goldstände? Und meine Haare in deinem Tagebuch, hm? Wo hast du denn die Objehre? Mit dem einer Scheißspinzer hat mir Zeit aus dem Badi-Zimmer mitzucht, oder? Weißt du nicht, dass von anderen Leuten Tagebücher nicht liest? Das ist privat! Wir sind ein Kumpels! Wo ist deine Mama? Die hat mich doch zu dir geschickt. Was? Die hat mich zu mir geschickt? Wie heißt denn die, deine Mama? Mama. Aha. Mal zu, Kleiner. Juli. Ja, ja, Juli. Ich hab zufälligerweise gerade selber was Wichtiges zu tun. Deswegen bringe ich jetzt nicht zur Schule. Klar? Geht aufhören. Ich bin eine Ehregerung. Das war mir immer besser. Ich bin ein wenig bei mir. Ich bin ein wenig bei mir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017